hallo liebe leute wir sind heute wieder bei robocraft und wir haben es leider letztes mal nicht geschafft irgendwas zu gewinnen hex 47 game ist übrigens immer noch da ja hallo es ist die selber aufnahme session und wir werden uns gleich in den kampf werfen bis gleich sonst wäre ich mache jetzt kein cut spiel ist glaube ich jetzt weiß es nicht stand doch eben da oben war ja ist ein winkel spiel jetzt muss man uns besonders gut anstrengend ich mit meinen halb unoptimalen Roboter Prozent schlag mich mal wo bist du ich sehe dich gut dann ich sehe ich auch ja du fährst mir ich fährst du dir und dann BAM ich habe das Gefühl es würde mir die Hinterräder fehlen okay BAM also bis zum Recht zu halten ich habe mal hier da kommen gleich in der Ecke und wenn ganz offen bin ich gut nicht gut ich gut nicht gut der Fahrfahrt zurück ja ich war ganz rechts rum oben nur der körperlich erneut und ich hab ja doch noch alle geschossen ja aber ich das ist so schwer zu fahren nein 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 nicht vorsichtig ja genau ja genau nein ich fahr schon auf der Plattform drauf ja ok ich versuche auch nein 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 so ich muss einfach nur nachdenken ich will wenigstens nicht sterben ich ich du mich ist ja da ich erobere gerade ja ich ja auch aber ich bleibt einfach da bleibt einfach in Sicherheit nein ich will auch nein 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 ich bin tot aber ich glaube wenn er jetzt der Kollege durchhält dann kann man gewonnen aber schafft er nicht ja ich bin ich bin ich will ich wir müssen glaube ich drum da wenn wir drin werden kriegen wir mal die Punkte ich versuche auch ach scheiße komm mach die scheiße kaputt schießt alles verlieben das ist ein geschützt ich bin da auf dem Berg am besten der bleibt schon still mit der Weygang da oben um links auf dem Berg das ist einer mit dem Weygang äh ich meine das ist doch Plasma aber weil der bleibt schon still das muss ein bisschen rund scheiße du bist tot ja ich bin tot ja wir haben eh verloren das war ein Schande nein in den letzten Sekunden in der Niederlage können wir noch hier drüben sein ich bin gegangen warte ich bin gegangen ja aber ich weiß ich er kriegen mal Siegpunte weil vielleicht sind wir doch bei der nö nö wir haben einen von zehn Kollegen hier nö nö ich will es auch ich will gewinnen ja dann ehe oder er fliegt soll ich rausgehen ja bitte ja ja bitte ich raus tut mir leid weil ich hätte theoretisch gewinnen können all die selber all die also die nicht all die also die ich mag ich bin für uns all die da gibt es so einen xxl basilikum den liebe ich okay aber hier probiert keine Fremdwerbungen hier keine Werbung für ID das ist genau so als würdest du sagen ja ich mag in meinem bett schlafen ist das jetzt eine werbung für dein bett nein nein ja also das ist auch keine Werbung für das Aldi außerdem wenn ich schon Werbung für das Aldi mache will ich auch Geld dafür ja dann schickt ID das Video und sagt komm ja aber welchem Aldi es gibt ja Nord und Süd es gibt auch ID Markt ja wenn ich nicht ich glaube das nur in Essen oder so keine Ahnung ID ist ja auch international ich habe ID auch in Spanien gesehen ja ich ist klar aber trotzdem es gibt sogar ID in USA ich glaube die haben da irgendwo ein Sortiment da German Produkte oder so oder haben die deutsche Produkte ja äh irgendwer schießt hier nicht cool bros komm den kriege ich du bist oh nein ich ließe mich nein das ist so blöd von mir ich fahr ich fahr weg lieber weg nein 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 verdammt verdammt ich komme es runter vorerst schade für mich gekriegt da kann man eigentlich von unten ach so kann man gut was kann auch von hier unten aus hochfahren da nein weiß es ich glaube nicht Rückkehr und zurück Rückkehr zurück ist gut wirklich mal brauchst du das geht das geht tut mir leid das tut mir leid das tut mir leid okay das tut mir nicht leid du Arsch ja man sagt zu mir jetzt arsch ja ich sage mir leid er sagt das tut mir nicht leid und wenn ich ja okay das tut mir nicht leid das ist so gut das ist so gut das ist so gut das wird gelungen das mit uns Prozent Prozent der zurück das den erledigen ich habe natürlich erledigen doch einfach auf die Plattform ja ich wollte dich ja nur helfen du hast ja 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 bitte bitte danke danke ich will schneller fahren so also wenn wir jetzt gewinnen da muss eine Weltwinder geschehen ja muss ich eine Atombombe darauf auf uns schmeißen oder so Atombombe ach ich habe den Kill noch bekommen geil ey das ist die erste Victory bei uns ja und das auch noch Haus hoch Ich habe 3100 Punkte bekommen echt nicht ja ich habe jetzt 27 könnte ich sie ausgeben für irgendeinen Scheiß ja aber das oder soll ich soll mal was kaufen und bauen äh ich überleg grad ob ich was kaufen soll aber es würde keinen Sinn machen ich kann das kaufen aber es geht nicht äh ich brauch noch einiges an sachen sachen fetten t10 geschützt drauf ballern aber ja wenn ich ein t10 geschützt drauf baller direkte level 7 schick dich aber mit denen eine panzer mit level 7 habe ich keine chance ein treffer tot wenn ich leute wundern warum ich jetzt freigeschaltet habe früher war es viel einfacher mit dem freischalten ja das stimmt als alles noch besser war ja wo die welt noch in Ordnung war ich habe ein smiley gemalt also weiter äh ja Moment ne ah ich sehe grad wir hätten gerade ein Wankertspiel machen können ja deine Schuld alles deine Schuld vielleicht wollte ich grad ein anderes Radar bauen aber egal äh wo bist du Hex Hex ich bin auf der Plattform ja ich sehe dich du Arsch äh ja du mag er ist fragst du er ist fragst du wo bist du das sag ich wo ich bin du das ist die Dichter ich sehe Dichter das ist so wirst du ich bin weg ab genug davon er hat geöffnet beschlossen was wachter ziel ziel zießen kann ich aussprechen was ist da BÄM ich spreche äh ok boah ich bin so gestorben das ist echt wies boah ich bin so gestorben das ist echt wies boah ich bin so gestorben schützt mich beschützt mich ich bin tot naja ich war ja den Kollegen von mir nein fahr weg gib Gas ok sollen wir gehen ja exit game eine Runde machen wir noch ja eine eine schwimme Runde drücke B drücke B ja drücke B dann C dann bla A B C D ja weiter gehts nicht nicht wahr ja weiter gehts nicht auf Alphabet nicht auswendig hab ich nicht gelernt damals 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 wo es alles noch besser war ja und die Schulbildung auch mhm wenn du kennst das Alphabet nicht weiß will ich mir gar nicht vorstellen wie die Schulbildung jetzt ist weil ich meine Vorteil einer Schulbildung jetzt was ich jetzt bevorzug was ich jetzt besser finde die haben jetzt immer so IT-Unterricht relativ früh ne das hatte ich früher nicht das hätte ich gerne gehabt also ich hatte Informatik in irgendwann mal keine Ahnung mit mit nee Orientierungsstufe glaube ich hatte ich Informatik dann konnte man in der Mittelstufe Informatik wählen oder sowas halt hätte ich ein paar Dinge meinen Lehrer beibringen können ja 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 glaub nicht dass sie das ist nötig haben wie man ein Spiel auf den Server bringt nein ich hab nicht weiß noch viel mehr das glaubst du na ja scheiße ja genau das ich fahr mit in der Gegner bis dahin wow ich hab einen getötet wie geil was ist dein Rad mehr ja ich bin tot ähm es tut mir leid egal nicht schlimm ich hab wenigstens viele kaputt kaputt gemacht und sehr beschädigt ok mal gucken guck dich mal an wo bist du wo bist du ah da bist du scheiße 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 mal auf den drauf na zu spät aber da ist noch einer ja ich glaub auf der Plattform sind 3 gegner fahr der ist in der Luft nicht bitte äh was machst du ich fahr ja fahr einfach vor ja da oben ist einer aber siehst du den roten Laserstrahl ja der ist oben da oben der ist ganz weit weg aber ich kann ja immer noch ein bisschen äh weiß den Punkt äh du kannst Kuh drücken den markieren drück mal Kuh bitte guck mal einen und dann drück Kuh wir fahr daran auch einfach du dann Moment da bist du meine Kollegen ich war einfach auf die Plattform du schießt gerade auf den Kollegen nein da oben der Fliegen nimmt natürlich du hast schon wieder auf den Kollegen geschossen nein oh oh scheiße ähm schieß schieß du hast noch ein Geschütz ja passt das war fast fuck komm der haut ab der hat angst vor dir ich äh helder vor mir vor mir bin immer noch hier nur Feigling kämpfe wie ein Mann komm schon kämpfe wie ein Mann ist ja voll cool wenn man seine Freunde irgendwie tragen könnte mhm so abschleppen oder so ja das müsste theoretisch einfach bleiben ja ich bleibe weil die Kollegen müssen den letzten Gegner töten es ist ja nur noch einer der, 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 der fliegt da hinten siehst du den wenn, wenn siehst du kannst du Kuh drücken da ist ja dauerhaft markiert ist besser schieß einfach da, wenn man rein weil du machst auch Fläschenschaden ja der ist ja hinter den Berg naja aber schießt da so über die Krippe durch weil nicht so rein, sondern da drüber genau da wo der gerade reinfliegt so ist ein paar Meter reinfliegt weiter hoch zu ziehen egal du hast eh gewonnen genau so meinte ich das bis zu weiter rechts und dann ich hab gewonnen ja 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 und ich hab zugeguckt wie du gewonnen hast du du Stalker ich hab das mit Stalken zu tun hey okay naja ich würd sagen das war's das erste ja war ne schöne Folge endlich mal ein bisschen gewinnen ja und ihr könnt ihr gerne wenn es euch gefallen hat einen Daumen nach umgeben ja und abonnieren ja und abonnieren und kommentieren ist am wichtigsten finde ich ja wir sehen uns beim nächsten Mal tschau tschüss tschüss tschüss